Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gimbal. Ich bin euch hier auf die Jagd nach ein Ticket und heute wir spielen Magnum Quest. Viel Spaß! So, und da sind wir auch schon wieder mit meinem Red Bartak Level 31. Oh, Stand? Ist ja bald schon wieder. Okay. Das will ich jetzt noch nicht spielen. Noch nicht, das kommt aber auch noch gleich. Na, einsammeln. Oh. Was ist passiert? Ah, Hongkong-Dollar. Nein. Muss ich bezahlen. Weswegen? Ich wollte gerade mal überlegen, was ist. HKD 198. Dabei ist es Hongkong-Dollar auch 198. Nein, nein, nein. Romantische Prüfung. Ja, okay. Wir machen romantische Prüfung. Ja. Fangen wir schon mal an damit. Ja. Ja, ja, ja. Ich kämpfe gegen den in der Mitte. Kämpfe. Ich nehme aber erst meine schlechten Leute mit. Achso, muss ja. Das waren die Gegner. Let's go. Mal schauen, ob sie einen besiegen. Ich denke nicht, aber mal schauen. Laden, laden, laden. Okay. Kampf beschleunigen. Hm. Hm. Verloren. Ich denke, die machen auch noch keinen Schaden. Oh, die haben jetzt hier schon zweimal voll. Ihre Fähigkeiten. Können sie gleich benutzen. Hm. Gleich seid ihr dran. Es dauert nicht mehr lang. Oh, jetzt wird's schon schwieriger für euch. Okay, bei nächstem wird's schwieriger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, bei nächstem. Erstmal ganz in klein. Ich gebe dir mal eine Chance zu gewinnen. So, und beim nächsten Mal wird's schon ein bisschen schwieriger für die. Für mich nicht, aber für die. Jetzt. Jetzt, jetzt geht's los. Also, ich denke, die nächste Runde verliere ich auch noch. Aber wie gesagt, es wird schwieriger jetzt. Ich schau jetzt auch noch nicht so nach, wo... Oh, hier. Drei und zwei. Cool. Ich schau jetzt gerade noch nicht so nach, wo die Tanks stehen und nicht. Weil, die sind so klein. Ach, das ist kein Sinn. Okay. Die sind hier alle schon down. Haben hier keinen grünen Bike und viel Lebensenergie mehr. Der ist jetzt auch gleich weg. Und die... Gut. Zumindest haben sie jetzt schon mal ein bisschen mehr Schaden bekommen. Und jetzt wird's wieder ein bisschen schwieriger. Für den Gegner. Für den Gegner. Gucken, jetzt kommen schon die ersten zwei Sechziger rein. Oder war der ein Tank? Das war ein Tank? Ich glaube, die beiden waren Tanks. Ich glaube es. Puh, die zwei Sechziger haben sie wirklich kaputt gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Und da ist noch ein Kampf. Hier lassen wir den oben. Das waren nahe Kämpfer. Die waren jetzt ein Fernkämpfer. Der ist auch ein Fernkämpfer. Da war es so. Ja, das waren alles Fernkämpfer. Und schon ein Heiler dabei. Die hier. Gut. Was ist das hier? Dann hole ich mir lieber einen neuen Kämpfer. Die kenn ich nicht. Und den hab ich auch nicht. Die hab ich auch nicht. Ich wollte schauen, wie stark die sind. Wie sie aussehen. 6.273. Aber der war glaube ich ein Tank, ne? 6.400. 6.100. 6.100. Und das war der stärkste, würde ich sagen. 6.200. 7.200. 30.00 0.000. Garnt wow! Was es? Der war? 7.600. Ja. 0.000. 0.000. Ein Adon. Okay, bei der geht's. Und dann... Katoss... Random... Was war das hier? Dann nehmen wir den hier. Den habe ich ja. Aber schauen wir nochmal nach. 6100... 6100... Der war 6300... 6200... Und der ist 6000. Dann nehmen wir den hier. Ein Tankchen. Gleich kämpfen. Ach, da ist auch ein Tank. Wo ist denn der hin? Ach, hier ist er. Ach, das dauert ja noch, bis der da ist. Vielleicht komme ich ja noch gar nicht dahin. Der ist gut. Der ist gut. Der Katoss. Ich probiere mal die Weintienstagssiegel zu nehmen. Sägensiegel. Reinkampf. Was ist das? Ausrüstung kann nicht verbessert werden. Okay. Dann nehmen wir den hier. Und der nächste Kampf. Und der nächste Kampf. Los, heil den Katoss wieder auf. Nein. Nein. Eieieiei. Okay. Dann nehme ich jetzt den hier. Der erste von drei Bossen. Das ist aber ganz leicht. Okay. Eine dauernd. Oh, das wird das erste Mal, dass ich gegen den verliere. Ne, so. Ja, das ist es. Uh. Heftig. So. Wie soll es denn sein? Ich bin so gut. Wie soll es denn sein? Das ist das, was ich mir so gut gemacht. Ja, das ist das, was ich mit mir so gut gemacht. Wie soll ich das denn sein? Wie soll es denn sein? Ja, ich bin so gut. ich brauche endlich mehr Heilung, da kämpft man, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich nur Fernkämpfer, ich könnte auch den weg machen und den rein nehmen, aber ich möchte ja mal probieren nach der Reihe, alle sterben zu lassen, sage ich jetzt mal, 3 Heile habe ich, ok, nur zwei verloren, und jetzt kommen meine starken, ok, er ist ein Tank, er ist kein Tank, aber, der glaube ich war halt noch ein Tank, der Zwerg hatte Gewehr gehabt, das war, ich sage mal, Gandalf, zu denen, und der schießt, ich glaube, die waren es in Tanks, glaube ich, ach ne, der eine war Bon-Schütze, ne, der um links gerade, ne doch, von beides Tanks, gut, alles richtig gemacht, aber ich habe keinen Highlight dabei, Mover, ja, Ah, eine falsche Richtung, Ich schaffe nicht die ganzen Runden, ja, auf die sind die stärker geworden, D A, mit D A, mit D A, Ja. Und da ist ja eine Quest, alle drei Bosses zu besiegen, aber ich glaube, die kriege ich halt mal vorher, jetzt ist's. Es wird besser. Es wird besser. Es wird kein Hate mehr getötet. Das werde ich nicht nehmen. Oh, ein Panda, den nehme ich einfach. Ich darf noch einen? Den. Den habe ich ja schon. Oder den? Ne, ich nehme den. Oh, die sind stärker wie meine. Ich nehme den Neuen. Ich nehme den Neuen. Das ist ein Wettbewerb, die ich eingeschäftige. Das ist auf jeden Fall. Das ist ein Wettbewerb. Das hat die Wettbewerb. Die sind wir, meine Frau. Sehr gut. Ich bin der Neuen der Neuen Zeit. Sie sind auch ein Wettbewerb, die sind wir denn. Ich bin der Neuen Zeit. Nein, ich will mit der Stone. Hm. Wenn ich jemanden beleben möchte, passiert es ganz oft, dass ich so einen ganz schwachen von unten kriege, deswegen nehme ich das nicht. Ja, dann kauf mir mal. Los, ich gehe hier einkaufen. Den Zauberstab bestätigen und den bestätigen. Weil die bei einem Angebot waren. Jetzt kommt der Panda. Keine Ahnung, ob er ein Tank ist, aber ich habe ja hier noch zwei Tanks, daher ist mir das Wurst. Also er ist kein Tank. Er ist ein Heiler. Lu Jing. Der heilt sogar sehr gut. Oh. Darf ich den behalten? Oder muss ich den gleich wirklich wieder abgeben? Ja. 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 Oh, shit. Aber er halt nur in einem bestimmten Umkreis. Also muss ich den mit den Magier tauschen, habe ich gerade gesehen. Muss ich die bei tauschen, weil er hat den nicht geheilt, weil es so weit weg war. Dann müsste es so besser laufen. Ach, jetzt sind die beiden rausgerannt. Okay. Perfekt. Das Mikro ist ja viel zu nah. Wer hat denn das hier hingestellt? Das ist jetzt ein Beginn des Kampfes. Und das ist auch cool, 20% vom Feind schon weg. 15 Sekunden ist nicht lang, aber ich denke, das wird reichen. Da ist ein Feind. Ich bin von den Heilers weit entfernt. Ich bin von den Heilers weit entfernt. Ich bin von den Heilern. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Also, dasbau hates das. Oh, ich krieg ein geschenkt. Das ist ja nice. Den oder die? Da war die Frau. Kämpfen. Okay, ich geb den Panda kurz wieder ab. Dann setze ich sie da hin. Ich hoffe, da ist kein Fehler von mir. Halten die Frau, oder? Macht nicht schade. Ah, die gibt's auf jeden Fall verhasst, dass man schneller ist. Ich glaube, mein Essen ist fertig. Ich hab blieb 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 gemacht. Na gut, dann war ich noch die Runde bis zu denen und dann höre ich, glaube ich, auf. Ach, ich muss drauf losdrücken. Los. Kaufen. 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 Spie. Es ist Party time. Es ist Party time. Es ist aber auch gut, was die macht. Dass alle schneller sind. Das ist ein Wiederbeleben. Ich komm, den wir den hier. Bronx, Silber, der macht Gold. Dann machen wir mal unsere Leute ein bisschen stärker. Dann machen wir mal unsere Leute ein bisschen stärker. Oh, jetzt muss ich ja sowas nehmen. Na, die Golde, bitte. Obwohl ich die gar nicht habe, glaube ich. Fäll mir gerade ein. Egal. Ne, hab ich nicht. Das finde ich hier gewesen mit der roten Hand. Na ja, mit der toten Hand. Mit der Skeletthand. Eine Minute. Eine Minute. Ja. Okay, okay. Bist du deine Kämpfe noch? Dann bin ich fertig. Ich habe gar nichts von denen. Doch, den habe ich noch einmal. Da ist er, der Dicke. Ja, den habe ich noch einmal, genau. Kampf. Jetzt kommt Party Time. Okay. Boah, gewonnen mit den Letzten. Nicht schlecht. Das war aber richtig knapp gewesen. Ja gut, dann würde ich sagen, das war es schon für heute. Dann muss ich mal in der Küche gehen. Hier ist noch ein Kopfgeld. Neue Partner. Kannst du noch probieren für drei Tage. Drei Tage bist du sowieso wieder weg. Also, ich sag schon mal auf Wiedersehen. 24 Stunden. Einsammeln. Ah, da war noch was drin. Okay. Einsammeln. Okay. Einsammeln. Langliste. Einsammeln. 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 Gut. Ja. Hier alles einsammeln. Geht schneller. Erstmal so einsammeln. Erstmal so einsammeln. Und schnell machen. Der Händler, was hat der denn da Neues? ist jetzt nicht sicher. Ebenst. Kostelos. Kostelos. Und kostelos. Kostelos. Events. Einsammeln. Hier unten ist was. das soll die ich hatte und den anderen der andere gehören zusammen das ist ja die immer den typen das herz gegeben weil die zusammengehören was ist das jetzt hier nur angucken fünf kämpfe schon wieder normal kampf ich habe noch keine zeit immer das gleiche bei mir ich nehme einfach hier die in der ersten wunderbaren buch hätte ich wahrscheinlich anklicken müssen ok na das ist ein kleines labyrinth wie ich sehe na gut ich spreche das ab das labyrinth ich habe keine zeit gede ich habe auch keine zeit für mission die können schnell pulen auch hier ist wieder euro mal hongkong dollar mal euro auch gut ich habe bestimmt das fliegevieh ach nee cool die habe ich auch noch nicht ha 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 und sechs davon ha 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 und sechs davon ha 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 ach da war ich doch gerade schon mal mission kampagne 140 helden ruhestand schicken den habe ich einmal die habe ich alle einmal und die habe ich nur ich schicke einen ruhestand aufstufen aufstufen der zwei davon perfekt aufstufen perfekt warte mal warte mal ich fange von den schwächsten leuten an na ok die sowieso nicht der muss level 60 werden mit aufstufen ich fange den aufstufen ich fange den aufstufen aufstufen die Also ich werde alle auf Level 75 machen. Werde ich das schaffen. Nichts. Kein Geld mehr. Ich bin pleite. Okay. Hm, jetzt habe ich keine Dinge mehr. Gut. Ah, ich konnte den noch ausrüsten. Ne, konnte ich nicht. Ach, das war doch der hier gewesen. Gut. Dann will ich jetzt mal warten. Das war's für heute. Na, noch mal kurz. Ganz kurz. Beschwören auch noch mal kurz. Schneller, schneller, schneller. Ich habe doch keine Zeit. Perfekt. Perfekt. Mission. Mal schnell was holen. Ach. Die Truhe noch von der wöchentlichen. So, jetzt alles. Events. Jetzt gibt es noch. Wieder was. Das war's. Prüfung. Was war das? Das war's. Okay. Ich dachte, die krieg ich geschenkt, weil das stand rekrutiert. Kaputt! Warte, machen wir gleich. Gut, das war jetzt alles hier, dann habe ich noch die Tasche hier. Dann habe ich da noch meinen roten Punkt gekriegt. Und geht über eine Kampf, das ist die Links verteilen. Dann war es das. Beenden. Ich sage Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal seid. Was ist das? Ach, was ist das? Ach, dem Dorf, das heißt das. Neu. Nice. Dankeschön für die Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.